Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es gerade schon wieder seht, es gibt ein neues Remote. Und das Ganze werden wir uns jetzt alles anschauen, was vielleicht sonst noch Neues drin ist. Morgen habe ich zum Glück wieder frei, weil dort ein Schulentwicklungstag ist. Das heißt, dort werden auch wahrscheinlich wieder mehr Videos kommen. In der Woche habe ich dann nicht ganz viel Zeit, wirklich lange Videos zu schneiden. Wenn ich denke, morgen wird es mehrere Videos geben, dann auch, weil morgen es mir nicht lohnt zu spielen, dann mache ich lieber mehr Videos. Können Sie sich auf jeden Fall schon darauf freuen und jetzt schauen wir mal in den Items-Shop rein. Wir haben immer noch die Astro-Assassin von gestern. Ich würde sagen, wir gehen ganz links mit dem Raben-Skin. Ist eigentlich ein ganz nicer Skin, war auch sehr lange ziemlich beliebt, vor allem hier die weibliche Variante. Die sogar noch mal etwas cooler aussieht, vor allem mit den Flügeln. Und es hat sogar auch ein eigenes Contra, also das lohnt sich deutlich mehr als die männliche Version. Dazu passend gibt es den eisernen Schnabel, der hier so einen schönen Leuchteffekt hat, so eine Kugel, die hier im Prinzip drin ist. Das Set sieht wirklich eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir dazu noch den gefiederten Gleiter. Sieht eigentlich auch ganz nice aus hier mit den Flügeln wieder dran. Ist eben halt alles schön einheitlich, so schwarz-blau, so ein bisschen dunklere Farben eben halt einfach. Gefällt mir auf jeden Fall. Und vor allem, man ist damit auch nicht komplett so mit dem dunklen. Dann haben wir hier den Kristall-Skin. Ist eigentlich ganz netter Skin und auch nur blau. Passt also, kann sich definitiv kaufen. Dann haben wir den Pronto-Skin. Finde ich nicht ganz so cool, wobei er definitiv in Ordnung ist. Blau-Skin. Dafür, dass die anderen Dino-Skins alle liegen, der sind, ist es definitiv in Ordnung. Dann gibt es dazu noch den Pterodactylos. Ist ein sehr spezieller Gleiter eben halt. Allerdings ist er auch wieder ziemlich groß. Dementsprechend hätte ich hier eher nicht gekauft. Äh, als letztes gibt es noch die kräftige Biss-Spitzhacke. Äh, ist ganz in Ordnung, aber ich finde es definitiv keine Biss-Spitzhacke. Deshalb hätte ich auch eher dort vom Kauf abgeraten. Aber als nächstes die Astro-Assassinen. Äh, hier mit dem Häschen-Backpack, was anscheinend zwei Stile haben soll, welche ich nicht erkennen kann. Ähm, der Skin war auch eine lange Zeit in den Game-Files. Wurde zwischendurch auch wieder gelöscht und dann kam er wieder rein jetzt. In der neuen Variante. Früher hatte der auch noch so zwei Häschenohren. Oh, äh, der Skin an sich ist auf jeden Fall ganz neig. Dann habe ich hier das Psyche-Paket wieder. Ich glaube, diesen Dienstag geht ja das Ganze hier mit, ähm, Pandora wieder raus. Äh, da können wir auf jeden Fall schon gespannt drauf sein. Wahrscheinlich wird der Moistia Maia zurückkommen, glaube ich. Äh, ja. Dann haben wir hier auf jeden Fall den, äh, Psycho-Bandit-Skin. Äh, mit dem Claptrap-Rucksack. Ist auf jeden Fall ein ganz neister Skin, wie ich finde. Ähm, vor allem, man hat ja ein ganzes Set. Das heißt, im Prinzip ein, äh, blauen Skin und eine blaue Spitzhacke. So vom, äh, Wert im Prinzip. Äh, hier die blaue Spitzhacke sieht auch ziemlich nice aus mit den, äh, Segen an der Seite. Der Set an sich kann man auf jeden Fall kaufen. Von dem, es wird wahrscheinlich eher nicht wieder reinkommen. Äh, dann haben wir hier die Spielspezialisten. Ist auch eigentlich ganz nice aus, wobei das schon ziemlich viele spielen. Und deshalb ist es jetzt auch nichts wirklich einzigartiges. Dann haben wir die Pimpelhacke. Ist definitiv eine nice Pickaxe. Hier mit einem Ninja-Messer in einem Pimpel da drin. Sieht auf jeden Fall nice aus. Dann kommen wir zum neuen Emote, unserer Zisch. Hier ein 500 V-Bucks Emote. Mit kompletter Animation. Sieht eigentlich ganz nice aus. Finde ich nice in dem Emote. Ist dann etwas ganz Neues. Dann haben wir hier, äh, das Papierflugzeug. Ist auch ein ganz nice, der Gleiter, weil es jemand auch etwas Besonderes ist. Und er ist nicht allzu groß, sondern auch nicht allzu laut. Er macht ja kaum Geräusche. Dementsprechend ist er auf jeden Fall empfehlenswert. Aber den Brüll-Emote hier. Wenn er das von einem Gegner irgendwie so macht, dann, äh, kann er sich auch manchmal ziemlich erschrecken. Wenn er auf einmal so ein Dino im Prinzip vor der, äh, Base steht. Aber hier die Sturm-Stukerin, äh, ist eigentlich ein ganz niceer Skin. Wir haben halt wieder so ein Classic Skin. Muss nicht immer wissen, wenn man solche Classic Skins mag, äh, kann man sich die auf jeden Fall kaufen. Ich mag ihn auf jeden Fall. Und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.